hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren tour von mir ja ich bin heute noch einmal auf der anderen seite vom regen also von dem fluss falls es keine weiß ja und da gibt es ja noch so ein naturwald reservat das ich heute mal noch ein bisschen besuchen wollte und so ein bisschen felsige landschaft habe ich da auch noch irgendwo auf der karte entdeckt ja und wenn ihr wieder lust habt und das miterleben wollt ja dann bleibt einfach dran und viel spaß mit diesem video ja das mit den zecken gestern das hat mir eigentlich gereicht jetzt bespringt mich auch immer irgend solches viehzeug aber komischerweise hat das flügel also es können keine zecken sein ach ist das heute eine schwüle wärme das ist natürlich ein großes fressen für alles viehzeug jetzt bin ich auch schon mal ganz schön weiter oben hier ist sogar eine bank da freuen sich die kleinen viehter das große fressen und die aussicht nicht schlecht hier jetzt auch das erste schild zum wackelstein also hier weiter und hier hat man dann so einen kleinen pfad angelegt der jetzt hier in den wald hineingeht das sieht interessant aus so wie es aussieht hat der wald sowieso viele solcher wege hier solcher schmalen wege aber leider sind die alle hier mit fahrradtrails ausgeschrieben finde ich irgendwie ein bisschen schade ich meine die mountainbiker wollen auch was zu tun haben wollen auch mal eine schöne strecke haben aber finde ich trotzdem ein bisschen schade ich bin ja immer auf der suche nach solchen schönen felsen wegen aber das scheint hier genügend davon zu geben alternativ gibt es dann auch noch die breiten forstwege da sind dann aber auch die wanderschilder vorhanden denn hier gibt es nämlich keins eigentlich wollte ich heute noch so eine bootstour machen aber das wetter ist heute nicht so perfekt es sah nämlich so aus ob noch ein bisschen mehr regen kommt wie jetzt schon runter gekommen ist und wenn es nachher strömen regnet macht es ja nachher auch keinen spaß mehr da halte ich mich lieber am wald auf da kann man sich so ein bisschen schützen auf jeden fall ein hammer weg hier habe ich gar nicht so erwartet ach ist das nicht schön endlich werde ich mal nass echt wie in deutschen regenwäldern dieser fahrt wird jetzt sicherlich gleich wieder enden weil ich bin nämlich gleich an den wackelstein schauen wir uns den mal noch kurz an was das ist hier vorne kommt dann wieder der breite wanderweg der ausgeschildert war ja und da sind wir jetzt auch gleich am wackelstein nur noch so ein stückchen hin das müsste jetzt der wackelstein sein ich denke mal das geht hier noch vor das ist bestimmt noch eine schöne aussicht gut man könnte jetzt hier runter klettern ich kann es zurzeit nicht tun ich bin nämlich schon fast zum felsen runtergerutscht das ist wie eine eisbahn das sind schon hammer felsen die hier einfach mal so rum liegen wirklich ein sehr schöner felsenkarten um sich hier mal so ein bisschen auszuprobieren da kann man sogar eine kette hochklettern ja aber das lasse ich wie gesagt sein es ist heute feucht gut noch einmal ein letzter schwenk hier in dieses paradies von felsen ja und somit führt mich dann mein weg gleich wieder ein stückchen weiter ich werde den jetzt erstmal hier wieder verlassen und mal gucken was wir noch so für schöne wege haben so eine richtige aussicht hat es ja jetzt hier nicht gegeben sieht heute auch irgendwie scheiße aus das wetter ja also gehen wir mal weiter ja ich habe noch irgendwas vergessen und zwar die riedelhöhe steht hier noch angeschrieben ja da gucken wir mal dahin vielleicht gibt es hier dann eine aussicht aus dem bald hinaus ja wirklich noch mal scheint ja so eine aussichtsplattform mitten auf den felsen zu sein na dann gehen wir mal hoch ein aufstieg wie auf einem thron ich denke mal als sie das ding hier hingebaut haben waren wahrscheinlich diese bäume noch gar nicht so hoch jetzt hat man natürlich hier auch keine aussicht mehr auch nicht so spektakulär einerseits kann man aber froh sein dass man noch so ein paar bäume hat da bin ich auch froh darüber dass es auch noch gegenden gibt wo es noch schöne bäume gibt ich mache jetzt mal noch so einen kleinen blick hier nach unten also von hier unten bin ich nämlich gekommen und bin dann hier nach links die treppe hochgegangen und auf der anderen seite sieht es ja auch nicht schlecht aus gut gehen wir dann mal wieder weiter jetzt geht es aber dann endlich weiter und zwar suche ich noch meinen Pfad und dann ist wieder alles ok wirklich sehr unscheinbar das ganze denn ich bin nämlich schon fast vorbeigelaufen und zwar geht hier der Pfad weiter ist halt eine Mountainbike Strecke die hier natürlich nicht ausgeschüttet ist aber trotzdem auch schön zu Fuß und jetzt ist es mal wieder so ein richtig schöner Wanderweg geworden echt spitze und hier wird es schon auch wieder etwas felsiger herrlich 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 aber man muss echt sagen das ist wirklich eine gut ausgebaute Mountainbike Strecke hier sind etliche Wellen drin da hat man bestimmt auch ein bisschen Spaß drin herrlich 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 und was für Hammerfelsen hier so am Wegesrand echt top herrlich 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 so wie gesagt die Strecke lässt sich zwar wunderschön fahren aber da hast du wahrscheinlich kein Auge für das schöne was man hier gerade kann das ist heute wirklich eine ganz schöne suppe da draußen es regnet immer mal so ein bisschen leicht ja gut beim boot fahren wäre es vielleicht auch gegangen aber ich habe es nun mal heute nicht gemacht morgen soll die sonne wieder scheinen ich habe mir dann mal so ein himbeer energie reingeschoben und das völlig kostenlos wächst hier direkt am busch so So, das war es dann erstmal mit dieser Radpiste. Ja, jetzt befinde ich mich erstmal wieder auf einem normalen Weg. Und jetzt komme ich auch gleich in dieses Naturwaldreservat Geilenberg. Ja, gucken wir mal, ob das noch was Interessantes ist. Und ob es da auch schmale Pfade gibt, lasse ich mich mal überraschen. Das ist jetzt erstmal hier so eine kleine Pausenhütte, so direkt unter dem Baum. Ja, und ich muss jetzt in die Richtung weitergehen. Peilenstein Mariental. Also hier geht es zum Peilenstein. Ja, gucken wir mal, ob es da mal eine Aussicht gibt, wo man mal weitergucken kann. Aber wie gesagt, heute sieht man nicht viel. In diesem Naturwaldreservat entsteht wieder Urwald. Warnhinweis. Betreten des Naturreservats auf eigene Gefahr. Dieser Wald ist sich selbst überlassen. Hier können jederzeit Moscheäste herabfallen und moderne Bäume umfallen. Hier geht es dann erst einmal zu diesem Aussichtspunkt. Ja, das ist nur noch ein paar Meter. Das sieht gut aus, als könnte eine Aussicht werden. Absolut top, diese Klippe. Wenn man auch gar nicht so viel sieht, aber hier ans Tal kann man so ein bisschen schauen. Ja, ist wirklich ein schöner Blick. Weitblick ist heute seltsamig. Hier ist wirklich eine wunderschöne Ruhe. Aber die Sonne drückt hier richtig kräftig und die Steine sind richtig heiß. Ach, ich muss mal wieder weg von hier. Auch wenn der Platz sehr, sehr schön ist. Aber lange hält es das hier nicht aus. Was hatte ich gerade gelesen? Quer liegende Bäume sind hier nicht ausgeschlossen. Na ja, müssen wir es halt akzeptieren, wenn es mal ein oder zwei ist. Ja, das ist hier noch so ein schöner Thron. Herrlich. Hat nur voll den Überblick. Zwar bloß in den Weg hinein, aber es riecht richtig toll aus. Den Platz könnte man ja fast nutzen für ein Gipfelkreuz. Na ja, hier stand nämlich noch keins oder steht zurzeit keins. Und hinter diesem mysteriösen Etwas geht der Weg weiter. Lass mich raten, sieht fadreich aus. Der Pfad hier, der hat wirklich noch mal was richtig romantisch. Jetzt geht es hier ein bisschen dunkel weiter. Na gut, dass heute so ein bisschen noch Schatten ist. Die Sonne ist zwar nicht stark draußen, aber das Problem ist, es ist sehr, sehr feucht. Da kann man sich wirklich bloß noch langsam bewegen. Da habe ich mich doch schon wieder glatt, 200 Meter verlaufen. Ja, da muss ich jetzt wieder ein bisschen zurückgehen. Denn ich habe diesen Trail hier verpasst, der Abzweig, der hier war. Aber jetzt bin ich wieder drauf, jetzt geht es wieder voll los. Das scheint ja früher mal ein richtiger Weg gewesen zu sein. Ja, jetzt hat sich die Natur ein bisschen wieder was zurückgeholt. Jetzt ist es ja bloß noch ein schmaler Pfad. Jetzt stehe ich hier noch einmal unterhalb dieser Aussichtsplattform. Ja, wo ich vorhin die schöne Aussicht hatte. Ja, es ist ein gigantischer Felsen, würde ich sagen. Jetzt bin ich wieder mal ein kleines Stückchen durchs Gras gelaufen. Und schwupps, hatte ich wieder eine Zecke am Bein. Zu schnell kannst du gar nicht gucken. Ja, das mit diesen Zecken sollte man echt nicht glauben. Denn ich habe jetzt schon wieder eine gehabt. Die hatte sich schon positioniert, wo ich sie stechen wollte. Ja, ich habe sie noch abgemacht. Ich überlege gerade, ob ich überhaupt noch heute irgendwelches Gras passieren werde. Oder ob ich gleich auf diesen breiten Wegen hier bleibe. Da ist es halbwegs sicher. Ja, so gerne ich eigentlich die schmalen Pfade liebe. Aber das hier ist zwar kein schmaler Pfad. Das wäre eine Option, die ich laufen kann. Und da oben hier, da geht auch noch ein Weg. Das wäre den, den ich laufen wollte. Ja, also beide sind sehr mit Wiese zugewachsen. Ja, ich werde jetzt wieder zurückgehen. Ich höre hier auch schon so ein Grollen. Also Gewitter ist ein Anmarsch. Also werde ich jetzt den Weg hier ein bisschen wieder zurückgehen und gehe nachher den Hauptweg, den breiten Weg, wieder zurück. Ich denke mal, das ist dann halbwegs sicher. Jetzt bin ich mal wieder an diesen kleinen Unterstand. Ja, und jetzt gehe ich hier diesen Weg weiter. Ich hatte jetzt noch eine Weile überlegt, an diesen Unterstand noch zu verweilen. Ich weiß eigentlich nicht, wann das Gewitter kommt. Keine Ahnung. Internetverbindung ist auch wieder sehr, sehr schlecht. Aber eins war erst einmal gut. Ich habe meine Route umnavigieren können. Und somit habe ich nur noch so drei Kilometer, bis ich wieder zurück beim Auto bin, wenn ich jetzt den direkten Weg nehme. Ja, also demzufolge, wenn ich jetzt auf breiten Weg laufe, schaffe ich das in ca. dreiviertel Stunde. Ja, das ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Mal sehen, ob ich noch nass werde. Ich glaube, es fängt gerade an, so ein bisschen zu regnen. Mal sehen, ob es mehr wird. Ja, jetzt bin ich ja schon am Wackelstein. Ja, auf dem direkten Weg sind es dann 1,5 Kilometer noch. Das geht. Aber wie ich das Wetter so kenne, hat sich das Gewitter schon wieder ein bisschen verzogen. Es donnert nämlich kaum noch. Ja, ich habe ja auch schon mit dem Schirm gedroht. Ja, ich brauche ihn bis jetzt noch nicht. Jetzt zur Zeit krümelt es wirklich ein bisschen nur. Aber laut Kartenvorschau geht es in 20 Minuten los. Na ja, bis dahin bin ich zurück. Es fängt ja doch ein bisschen eher an. Aber jetzt muss ich doch nochmal ein bisschen über die Wiese. Hoffentlich kommen nicht schon wieder die Zecken zu mir. Ich muss natürlich jetzt durch dieses kleine Dürfchen, wo ich bin im Laufen, weiter der Weg schon heran. Jetzt laufe ich mal den offiziellen. Wirklich so ein nettes Dürfchen, kann man sagen. So ein bisschen richtig abgeschieden von der Welt. Richtig einsam werden die hier. Das führt auch für so eine kleine, dünne, schmale Straße dahin. Und hier steht ja schon mein Auto einsam und verlassen. Guck dir mal, wie schön das jetzt regnet. Ach, die Natur braucht es. Jetzt habe ich es mir erst mal so richtig gemütlich gemacht. Ich habe mich erst mal umgezogen. Habe mich erst mal ordentlich gewaschen. Und jetzt schaue ich noch diesen wunderschönen Regen zu. Richtig schön. Gefällt mir. Ist richtig beruhigend. Und dazu gönne ich mir jetzt noch so eine kühle Büchsenbauhäuse aus meinem Kühlschrank. Zum Wohl. Man könnte denken, das ist aus dem Eiskeller. Ist die schön kalt. Herrlich. Ja, somit geht auch diese Runde heute mal wieder zu Ende. Ich hatte wirklich einen wunderschönen Tag gehabt. Es waren ja sehr viele Pfade dabei. Auch wenn der Rückweg dann nochmal ein bisschen schnell passieren musste, konnte ich dann die Pfade nicht weiterlaufen. Und außerdem auf diese Zecken hatte ich da sowieso keinen Bock mehr drauf. Also wie gesagt, die Runde war fantastisch. Ich wäre sie gerne noch zu Ende gegangen. Aber wenn es nicht ist, dann ist es nicht. So, dann sage ich nur noch, dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.